Ich heiße Sibylle Kranich und bin Reporterin bei den Badischen Neuesten Nachrichten in Karlsruhe und begleite jetzt seit Anfang Oktober den Prozess vor dem Landgericht gegen den ehemaligen Leiter der Pfadfindergruppe. Auch ich war in den 80er Jahren ein Teenager. Ich war bei Klassenfahrten oder Vereinsausflügen dabei und ich habe mich während des Prozesses ganz oft gefragt, wie gut ich mich eigentlich selber an die Ereignisse in meiner Kindheit oder Teenagerzeit erinnern kann. Am Anfang dachte ich, das ist nicht schwer, das habe ich noch gut parat. Aber dann habe ich mir ganz konkrete Fragen gestellt, zum Beispiel bei der Klassenfahrt in der DDR. War das der Thomas oder der Michael, der damals die Bravo geschmuggelt hat? Und war der Johannes bei der Gruppe dabei, die beim Rauchen erwischt wurde? Es ist mir klar geworden, dass es wahnsinnig schwierig ist, sich nach 30 Jahren noch genau an Ereignisse zu erinnern, die in der Kindheit waren. Zumal, wenn es sich um so schreckliche und unschöne Erinnerungen handelt, die man doch 30 Jahre lang versucht hat zu verdrängen. Das ist der Gedanke, der mich in diesem Prozess mit am meisten beschäftigt hat. Einige der Zeugen, die vor Gericht geladen waren und die von sexuellen Übergriffen durch ihren ehemaligen Pfadfinderleiter berichteten, haben zum Teil sehr schwierige Biografien hinter sich. Einige wurden drogenabhängig, einer sitzt wegen Tötung seiner Lebensgefährtin im Gefängnis. Aber vor allem die Lebensgeschichte der Nebenklägerin, also des vermeintlichen Opfers, hat mich sehr berührt. Sie selbst war nicht zu hören für die Öffentlichkeit, dafür hat aber ihre Mutter eine lange Zeugenaussage gemacht. Und sie hat berichtet von einem fröhlichen kleinen Mädchen, das plötzlich irgendwann zwischen acht und zehn Jahren immer verschlossener wurde. Fast apathisch, sagt die Mutter. Das Mädchen hat dann viele Schulwechsel hinter sich gebracht, hat fast keine Schule zu Ende gebracht. Sie wurde drogenabhängig. Sie hat viele Jahre in Berlin als Straßenkind gelebt. Sie wurde mit 18 schwanger. Einmal wäre sie fast an einer Überdosis Heroin gestorben und erst heute, mit 44 Jahren, ist es ihr gelungen, ihr Leben wieder halbwegs in den Griff zu kriegen. Sie hat jetzt heute ein stabiles Umfeld und vielleicht auch deshalb es erst jetzt geschafft, über die Ereignisse in ihrer Kindheit zu sprechen. Jeden Tag liest man in der Zeitung von neuen Fällen von sexueller Belästigung. Im einen Fall ist es ein Bademeister, der Kinder belästigt. Dort ist es ein Erzieher oder auch Fußballtrainer. Sexuellen Missbrauch gegenüber Kindern gibt es heute, glaube ich, nicht weniger als in den 80er Jahren. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich was verändert hat. Und der entscheidende Unterschied ist der, dass Kinder heute gehört werden und dass es kein Verschweigen und kein Wegsehen mehr durch die Erwachsenen gibt. Zumindest kein systematisches, so wie das in den 80er Jahren der Fall war, wo man vor Scham auch nicht darüber berichtet hat, was einem passiert ist. Wenn heute ein Kind von seltsamen Annäherungen berichtet, dann schrillen in den meisten Fällen doch die Alarmglocken, sei es bei den Eltern oder bei den Lehrern oder auch bei anderen Vertrauenspersonen. Das war in den 80er Jahren sicher nicht der Fall. Das war in den 80er Jahren sicher nicht der Fall.